Dies ist ein interaktives Buch voll überraschender Kreationen. Der Künstler Takahiro Kurashima benutzt den Moiré-Effekt, um statische Muster in Bewegung zu setzen und uns durch die Vielfalt der verschiedenen Effekte zu verblüffen. Durch unsere selbstbestimmte Fahrt mit einer Folie über die Buchseiten wird die Betrachtung zu einem höchst sinnlichen Vergnügen. Mit dem Moiré-Effekt lässt Takahiro Kurashima Bücher lebendig wirken. Der Effekt tritt im Alltag bei Stoffen auf, wenn zwei Schichten übereinandergelegt werden. Durch die unterschiedliche Helligkeit wird der Effekt sichtbar. Statische Muster werden in Bewegung gesetzt. Dieser Kunstgriff lässt uns erstaunen. Ein überaus vergnügliches Seherlebnis. Sokneiden Ein überaus voucher, wenn zwei Schichten übereinandergelegt werden. Sokneiden der Erkką visitor Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018